Jawoll und damit willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Jawoll, wir haben hier wieder eine Mission mit Billy offen und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Wow, now see, I like how you did that. It was very good, very clever. Almost like a joke, you know, only it wasn't funny. Johnny, have you met Ray? Hey. Ray Boccino? Hey. My brother, Johnny. Johnny the Jew. Johnny the Jew, how the hell are you? Do me a favor, help keep this degenerate out of jail, all right? At least until he's paid me. I'll do my best. Yeah, later. What's he selling you? Toys, my boy, toys. Now, come on, let's go. Man, where are we going, Bill? Pay somebody a visit. Billy man, please don't be a dick. Johnny, you seem a little tense lately. Have you considered some analysis? Maybe a day spa? High colonic? Colonic. Okay. Follow the leader, assholes. Jawohl. Auf geht's. Ich hoffe, wir geben die Frau wieder ein bisschen Gas, nicht so wie wie der Anfang letztes Mal, der doch der schleppen lief, doch er ist ja wohl, der schleppt. Still lifting weights, Billy? I don't need you, now that I'm carrying your heavy ass around with me, Johnny. I think you got me confused with Brian. He's the one who's permanently suckered onto your ass. Ja, komm. Ich glaube, wir räumen uns einfach wie sonst auch gegenseitig vom Weg weg. Oh, hallo. Hallo. So. So is this about kicking ass and feeling like big man? Or are we gonna make some money? The two of them are not always mutually exclusive, my brother. Really? Let's see. Genau, das sehen wir, wenn wir da sind. Oh man, können wir bitte ein bisschen schneller fahren? Nein, rennen wir in das Pool zum E-Pool-Pause. Okay, machen wir doch. Rennfahren haben wir voll die Erfahrung. Oder weiter? Oh shit. Rennfahren haben wir ja doch der schnellste Bike, ja? Anscheinend. So, gucken wir mal. Jawohl. Ganz geschmeidig. Ziehen wir es hier durch. So. 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 Gucken wir mal. So gewinnt man ein Rennen. Sehr schön. So. Man kann bestimmt vielleicht noch mal fliegen, oder? So. Jetzt nochmal landen. Ja. So. Gucken wir mal. Und dann? Hier hinten, ne? Genau. Gucken wir mal, wir haben jetzt ja mit riesigem Abstand, haben wir das hier gewonnen. Wo sind denn die anderen jetzt? Oh man. Na gut. Genau, warten wir nochmal auf die anderen, ne? Lahmärsche. So. Ja. Warten wir. Gucken wir mal, da kommt sie ja endlich. No disrespect zu beatin' ya, Bill. Ich bin still your humble servant. Ich habe ein Spiel für dich. Scheiße. Ja, egal, Bill. Was willst du? Was ist das? Was? Was ist das passiert mit dir, Mann? Was bist du? Was bist du? Die Deadbeats sind diejenigen, die Jason in Broker zu töten. Ich dachte, es war ein Pull oder ein Serv oder so. Wir haben ein paar schlechte Informationen, Bruder. Es sind die Leute. Sie hat das Kind gebeten. Und guckst du dich. Du schaffst, als ob du nicht einen Scheiß geben kannst. Bist du Angst oder was? Diese Deadbeats töten Jason? Ja, sie haben sie. Jetzt, zieh eine dieser Grenade und schieb sie durch die Schmerzen. Die allmählich verabschiedet, Johnny. Die verloren nicht. Ja, Amen, Johnny. Junge, nervt mich der eine Typ, ey. Speichel lecker. Oh, Granatpistole, sehr cool. Ja, komm, hier erledigen wir auch noch. Kein Problem. Oh, die Granaten brauchen aber viel zu lange zum Explodieren. Ja, komm. Jawoll. Komm, den Wagen da, den haben wir auch geputzt. Ja. Den da hinten auch. Die Granate dahinter explodiert. Ist die hintergeholt? Zack. Okay. Das war so jetzt nicht geplant. Scheiße. Scheiße. Das, äh, ja. Das sollte so jetzt nicht sein. Okay. Okay, aber, ey, immerhin werden wir hier wieder rausgeworfen. Ja, nicht, dass wir die ganze Fahrt wieder machen müssen. Und boom. Ja, das war gerade sehr, sehr unglücklich. Da haben wir... Weil, ich mein, das Ziel-Dingens, das war ja deutlich drüber, ne? Guck mal. Und jetzt. So, guck mal. Da auch noch mal. Ah, ne, das war... Ah, ne, das war... Jawoll. Jetzt hat's die alle erledigt. So, da, genau. Kommt jetzt. So, komm, explodier, explodier, explodier. So, ich glaub, wir brauchen nicht die Stille dafür. Da geht's nur ein bisschen. Ja, komm. Aber... Nein! Wo ist denn jetzt schon wieder abgeprallt? So, komm, ne? Das gibt's doch nicht! Jetzt ist er da wieder hingeblieben. Okay, das Ding brennt, das Ding für DD gleich. So, dann haben wir den da hinten noch. Komm! Wollen wir uns nicht. So um die. Ich würde kein Demoni einsammeln, aber ich habe das Gefühl, wenn ich daran vorbeilauf, schau dir das Teil. So, komm. So, jawohl. Vergleite Billy. Ja, warte, Billy. Ich muss erstmal... erstmal die ganze Muni einsammeln. So. Also, rein hier, oder? Ja, komm. Ja, komm. Ja, dann. So. Dann wird da hinten noch ein. Löst genau. So. 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 So, Gibt's hier irgendwo so ein... so ein Medi-Pack. Irgendwie. Da. Guck mal. Glück gehabt. Okay, da kommen wir nicht weiter. So, da werden wir die... Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Wir werden hier weiter. Oh, damn. Fuck, fuck, fuck. Komm. You're gonna die down here, assholes. Okay. Oh, die Deadbeats have got themselves one shitload of heroin. Pack it up, Johnny. Wait, I don't understand. What? I thought this was payback for Jason, man. What the fuck is this? Two million in armcandies is good a payback as I can think of. Come on, brother. Jesus, but hold your fucking horses, man. Now we're gonna steal their smack? Slow down. Slow down, huh? Hold up. Wait. Ooh. Jesus. Physics lesson, fuckball. Do you know how motorcycles work? Do you, Johnny? You about to get school. Centrifugal inertia. Meaning, the quicker your wheels go, the more stable you are. The faster we go, the harder we hit it, the more us brothers pull together. That's why we do what we do. That's how we do what we do. Why, how. They're the same fucking thing. We go faster, longer, and harder. And that's how we stay together. Brian, shut up. What the fuck are you talking about? You gotta stop reading them shitty internet sites, man, and start thinking about what you're doing to us. We lift this shit right now, and every deadbeat on the East Coast is gonna come after our chapter. Well, that's something your leader will have to worry about, not you, soldier. Brian, grab the shit. Na, lassen wir uns mal überraschen, ob diese Bruderschaft irgendwie noch hält oder ob der Club irgendwie zerbricht. Bestes Verhältnis haben wir jetzt ja nicht gerade. Die fahren auch ohne uns weg. Hallo, Polizei. So, klar. Dann sind wir wieder zurück mit den Jungs, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir wenigstens auf uns warten. Aber warte mal, was wird denn mehr? Das wird mir da unten jetzt noch angezeigt. Ach, ist das da mein Bike? Das ist mein Bike. Guck sie. Ich hab ja das von irgendeinem anderen gehabt. Okay. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir das Fahndungslevel. Ah ja. Gut. Beschwinde mal von mir. Genau. Ihr braucht dann mal eure Unfälle und ich beschwinde. Machen wir das so. So. Jetzt einfach durchziehen und dann werden wir die schon los. Guck mal. Perfekt. So, dann was haben wir denn jetzt noch offen? Da hinten haben wir noch eine Renn. Aber guck mal, hier die Mission mit Jim, die ist schon ein bisschen länger offen. Dann würde ich nur sagen, dass wir die dann jetzt auch mal in Angriff nehmen. So. Nicht, dass wir hier immer nur Billy Mission machen und Penn fahren, sondern wir haben ja hier auch noch andere Leute. So, dann ist es hoch. Billy, was möchtest du dich denn? Triff dich mit Liz Torres. Ihr könnt da ein bisschen was von der Scheiße absetzen, die wir gefunden haben. Wenn das klar geht, will das Zeug von Brian in der Incan Ave ab. Ja, das machen wir später. Jetzt fahren wir erst mal zu Jim, weil die Mission ist jetzt am längsten offen. Ja, warte mal, das hat aber auch schon. Noch eine SMS von Jim, guck mal. Haha, Johnny, ich hab dir einen Link zu der Website der Poser geschickt. Guck dir das an. Okay. Ja, mal gucken. Hey, Jim. Good to see you, man. What's the trouble? Take a guess, bro. Might have something to do with those cops that pulled one over on us. I figured. The way I see it, we got two choices. Either we buy a big tub of grease and prepare to take it from these fat pigs the rest of our lives. Or? Or we head over to the clubhouse. Close to where I happen to know they got themselves set up, and we show them that we're not quite the bitches that they think we are. Well, well, tempted as I am by your first option. I'm gonna have to go with the second. I figured you'd say that. Lead on, James. Oh, yeah. Let's see if you still got it, old man. Let's drop the fucking hammer on this run to those assholes. You ain't won this, Jim. Come on, Jim. A run to the cops. Alles klar. Wenn das Rennen gewinnen will, das ist sicher easy, easy. So, guck mal. Ach, da sind wir ja auch schon. Ja, locker flockig, he? Ach, da sind wir ja auch schon. Come on, man. I got one of my sights, bro. Thank you, sir. It's a trinity road, John. Jawoll. I got some brothers coming to meet us. I like the proper way. Ganz toll. Lock the group up for the interculture. But it's nice that we just lost the half of our HP. You stole his donuts, spilled his copy. Real mature, man. We don't want to piss him off too much. Not yet, at least. Maybe you should have stolen his lunch money. Maybe you should be on a fucking stage with jokes like that. Yeah, I think he's coming. I think he's coming. So. Time's almost up, you dirty bastards. Oh. Oh, come on. Ach, come on. So. Sollt ihr mal hinne fahren? Zieht da nicht. It's nearly retirement time, fuckers. Sollt ihr mal hinne fahren? Und zwar für immer. Sollt ihr mal hinne fahren? Sollt ihr mal hinne fahren? Ach, danke übrigens, dass du mich angefahren hast. Wo du hier noch mehr HP verloren hast. Okay. Ja, super. Ich meine, mit diesem kleinen HP-Balken konnte es nur schief gehen. Da kommt der einfach von hinten angefahren und überfährt mich einfach. Warum? Ach Gott. Danke dafür. Wirklich, danke dafür. Aber hey, wenigstens kommen welche wieder raus. Wir haben voller HP. Immerhin etwas. Ja. Warum? Echt? Da kam mir jetzt schon wieder von hinten angefahren und überfährt mich einfach. Wolle ich hier noch so ein bisschen rumfuhr und irgendwas. Ja, super. Ich bin schon wieder so ein bisschen tot. Ja, danke. Wirklich, danke. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen weiter uns hinten platzieren. Weil dann überfährt er uns da vielleicht nicht jedes Mal. Also. Das ist wirklich frech. Das ist wirklich frech. Muss ich sagen. So. Ja, genau. Jetzt steckt er auch selber ab. Sehr gut. So. 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 Da hinten haben wir noch ganz viele, ne? Na. Jetzt bitte wieder dahinter, oder? Ja. Besonders flussverlässig. Also mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Granaten beim Aufschlag zugehen würden. So. Danke. Glücklich danke, dass ich mal wieder ... Immerhin sind wir jetzt noch drauf gegangen. Das ist doch auch schon mal was. So, jetzt verschwinden wir mal von mir. Bevor hier noch mehr kommen. Genau, sehr gut. 2.000 Dollar, ich meine etwas, dass wir hier ein bisschen entschädigt wurden. Für die beiden Male, die wir drauf gegangen sind. Wofür wir meiner Meinung nach so relativ wenig konnten. Oh, komm. Gut. Ja, aber dann würde ich sagen, wir machen für heute jetzt mal wieder einen kurzen Cut. Dann in der nächsten Folge... Genau, fahren wir mal zur Elisabeta. Jawoll. Die kennen wir ja auch schon aus der Hauptstory. Ja, gut Leute, dann würde ich sagen, wir sind durch heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.